Liebe Kolleginnen und Kollegen, 2020, was für ein Jahr! Wir freuen uns sehr, Sie trotz der außergewöhnlichen Umstände, die uns in diesem Jahr begleiten, zur DÖSAK-Jahrestagung 2020 wieder persönlich hier bei uns in Aachen begrüßen zu dürfen. Auch zahlreiche Veranstaltungen wie die Gutachtertagung, Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung der DGMKG werden in unsere Tagung integriert werden. Aufgrund der derzeitigen Umstände wird alles natürlich etwas anders werden, aber hoffentlich genauso schön. Inwiefern anders? Für sämtliche Veranstaltungen haben wir in Abstimmung mit der Krankenhaushygiene und dem Gesundheitsamt der Stadt Aachen ein auf die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW basierendes Hygienekonzept entwickelt, um unseren Jahreskongress für alle Teilnehmer sicher zu gestalten und der Pandemiesituation gerecht zu werden. An nun insgesamt fünf Tagen haben wir erneut ein spannendes und abwechslungsreiches Gesamtprogramm für Sie entwickelt, das viel Raum zu wissenschaftlicher Diskussion, fachlicher Weiterbildung und zum kollegialen Austausch bietet. Mit dem Hauptthema der Knochen- in der Kopf- Halschirurgie, von der Diagnostik bis zur Therapie und dem Nebenthema der biologisch ältere Patient haben wir für den DOSA-Kongress zwei vielseitige Themen für Sie ausgewählt. In Hands-on-Kursen zur Lappenhebung und Mikroschirurgie und in Workshops zur Ernährung und Platel-Rich Fibrin können Sie Ihre Fertigkeiten vertiefen und weiterentwickeln. Am Samstag trifft sich erneut das neue Forum der DGMKG zu einer Fortbildung und plant gemeinsam digital eine mikrovaskuläre Rekonstruktion, welche Sie am Montag mittels Live-Übertragung aus dem OP mitverfolgen können. Auch die Fach- und Oberärzte unseres Fachs werden sich in Aachen treffen. Um die 51. Jahrestagung perfekt abzuholen, freuen wir uns, Sie wieder zu einem schönen Rahmenprogramm einladen zu dürfen. Am Samstag können Sie den Tag beim Assistentenabend im Café Madrid ausklingen lassen. Am Sonntag findet das gemeinsame Abendessen des DÖSAK-Vorstandes, der leitenden Krankenhausärzte und der Ordinarien im Restaurant Vorkenbeck statt. Den Höhepunkt wird wieder unser gemeinsames Tagungs-Dinner, dieses Mal im eindrucksvollen Tonnengewölbe des 1200 Jahre alten Aachener Rathauses darstellen. Wir freuen uns sehr, Sie im November erneut hier in unserer wunderschönen Stadt Aachen willkommen zu heißen. Bitte melden Sie sich an. Mein Team und ich freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Vielen Dank.